Hallo, Grüezi, Servus und Willkommen bei AirPort Simulator 2013. Wir starten. Fantastisch, wir haben den Pokal gewonnen. Ich habe hier mal was gemacht. Egal. Wir haben letztes Mal das da gemacht. Jetzt dürfte es besser gehen. Pünktlich. Weitere Jumbo-Jets landen. Es wird Zeit, ein Upgrade für das Fahrzeug zu erwerben. Achso, ja, stimmt. Ähm, Upgrade. Ähm, geht nicht, dann nicht. Los geht's. Oh, ist es laut. So, wo sind die Gates, die belegt werden? Ich bin noch bald wieder da, wo wir letztes Mal waren. Bevor mein Computer abstützte. Oh, da sind wir schon Boarding. Okay, fahren wir hin. Hallo. Geht's? Okay, beladen. Okay, beladen. Wir müssen hier einen Frachtlader nehmen. Ne, Frachttransporter. So. Es ist Gate 2, naja. Genau. Okay, automatisch beladen. Jawoll, fertig. Gut. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall zum Frachtlader. Ich stelle ihn jetzt auch mal hin. Das Ganze machen wir jetzt in einem Affen-Tempo. Wird man schnell hinter uns haben. Weil wir wollen ja hier weit kommen. Damit wir endlich was Neues hier spielen können. Von dem Spiel hier. Weil das hier sind ja nur Wiederholungen. Im Moment. Und ich hab Bock auf neue Missionen, die ich noch gar nicht kenne. Okay. Vor. Hoch. Vor. Okay. Dann. Hier. Ein Stück vorfahren. Hallo. Jetzt. Hoch und vor. Jawoll. Runter. Das letzte Paket noch. Okay. Geht doch. Wunderbar. Und weg damit. So. Das ist ja schön auf die Seiten fahren. Im Frachtlader genauso. So. Das ist ja schön auf die Seiten fahren. Genau. Huch. Huch. Die Fluggasbrücke auch rein fahren. Okay. Jetzt kommt tanken oder? Genau. Betanken. Bisschen schneit's. Nicht breit's. Batsch. Huch da. Und rein da ins Loch. Und drehen. Und hier drehen. Batsch. Und catering. Huch. Huch da mit. Und los geht's. Geil. Geil. Tanken ist fertig. Hä? Was ist jetzt los? Jetzt ja. Genau. Tja. Tja. Warum tickt das hier gerade? Hallo. Achso. Die Blinker. Oh Gott. Wir haben die eingeschalten. Jetzt. Okay. Jetzt nehmen wir noch das Enteiserungsfahrzeug. Wir tun den Enteisen. Enteisener. Riesending da. Hallo. Jetzt da. Jetzt da. Okay. Du 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 du. Du 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 du. So. Und der ist direkt weg hier. Gut. Dann fangen wir hier drüber. Okay. So wie komme ich jetzt da hin? Oh es geht. Okay. Gott ich hasse das hier. Waaah. Okay. Gut. Vor allem noch. Lalalala. Sehr schön. Jetzt hier vorfahren. Bleh. Hä? Achso. Geht nicht. Was holt dann oder was? Aha. Okay. Ich war hier wieder. Tschüss. Tee 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 tee. Zurückfahren. Okay. Was ist hier vor? Hallo, ich sehe nichts. Okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Oder nicht, fangen wir hier noch ein bisschen rein. Okay. Oh ja, okay. Mit auf. Waaah. Uh. Hm. Kann man aufhören hier? Danke. Also am längsten dauert immer das Enteisen hier. Habe ich schon gemerkt. Huch. Ah. Hier. Jetzt ab. Okay, der letzte Fleck ist da vorne, oder? Ah. Ah. Okay. Gut. Gut. Sehr schön. So, dann holen wir jetzt den Flugzeugschlepper. Schlepphänden. Ich hoffe, dass das Team mal hier richtig gut läuft. Waaah. Gäh. Da warst du gerade. Na? Jetzt? Was ist jetzt los? Warten Achso Gott Bevor wir die auf dem Flugzeug schleppen, ok Jetzt hat's, ja Hallo Warten, ich hab kaum gedrückt Hallo, du wirst doch wohl noch geradeaus hinter können Alter, mach mich nicht fertig Fahr einfach Komm, los So, fahr rein Da machen wir auf Gate 5 Aber da braucht man nicht so viel So, jetzt wird's gleich grün Sehr schön Auf Wiedersehen Okay, Gate 5 Äh Vorräte aufschüttet Auf Katering Fahr mal hoch Schnell Abfahrt Das ist schon Und Da D Oh? Hallo, bitte Okay, geht Ein Flugzeugschlepper schon mal hinfahren Das darf er dies Okay Fertig Gut Okay, Kettering wieder hier Weg Und davor Sehr schön Flugzeugschlepper hin Alles drin Hallo, bleibt doch stehen Alter Ah, wieder warten Kann aber nicht wahr sein Tch Können wir schneller fahren Wird sich stecken Wird sich nicht stehen bleiben Oh So, jetzt Na, andersrum So, jetzt schön da rein fahren Mein lieber Herr Gesangsverein Hallo fahren Hallo fahren Gott Oh mein Gott Pfff Wow So So Wann wirds grün? Oder blau? Oder wie auch immer Jetzt Jaha, Mission erfolgreich abgeschlossen Okay Nächste Mission Wir können wieder Upgrades machen Hier Fallari Fallara Ich bin da Hm Ähm Bum Bum Zack So Okay Nächstes Nebel Shakamaka So Ja, ist bisher der Nebel da Das Geht beim Arsch dabei Schleb 넌 Da 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 Mh Mh Mission 6 schon Ah Ah Okay Boarding Geht schon los wieder Geht schon los wieder Ja der Die Vorräte auffüllen, wo ist das? Gate 2, los! Auf Gate 3! Ah, Gate 9 ist auch schon fertig. Warte mal. Gate 9, kann man da dritter hinfahren, oder? Ja, ha, ha! So. Ist doch selbstverständlich hier. Machen wir doch das erst. So. Hör! Ah, hört mich. So. Auf, da. Okay. Jetzt noch betanken. Schauen wir mal, wie schnell wir das können. So, morgen nehme ich dann mal wieder hier Waterpark auf und Wildlife Park 3, falls ihr das vermisst habt. Hier musst du zu irgendwo. So. Ähm, brr. Gate 2, wegfahren. Und abschleppen. Wie bei einer Frau. Schnell hinfahren, bevor da irgendetwas hinfährt wieder. Aber dann haben wir freie Bahn. Und dann fahren wir hin. Hör auf, da. Auf der obter Richtung. Leard, Jack, drive, über die Tankstelle. Und dann, jetzt fahre ich. Hör auf. Hurra. Okay. Dann fahren wir hin. Die kleinen Flugzeuge sind mir eh sympathischer irgendwie. Aber die ich sehr schön lenken kann. La, la, la Lu, lulu So, drin ist schonmal Jetzt kommt es noch davon an, wann es grün ist Jetzt hat 1400 Wunderbar So, dann machen wir noch entladen Oh Gott Gate 3 So, dann